Jo, da bin ich wieder. Ich melde mich zurück nach vier Wochen Pause, beziehungsweise einem Monat. Der Grund war einfach, dass mein Google-Account gehackt wurde und ich nicht mehr reinkam in mein Google-Konto und somit konnte ich auch keine SMS schreiben oder YouTube gucken und Videos produzieren und hochladen. Das ging gar nichts mehr. Da musste ich mich erst nochmal neu mit einem neuen Kennwort verdefizieren. Habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Ja, und da habe ich dann überlegt, dass ich dann mein Telefon, mein Realme 8 habe ich ja, dass ich das dann komplett zurücksetze und das nochmal neu halt alles mache. Und das hat dann funktioniert. Wunderbar. Ja, wollte ich nur mal ein kurzes, kurze Mitteilung geben. Ja, ich lebe noch, mir geht es gut. Dem Roller geht es auch noch gut. Ja, genau. Ja, ich habe wieder in der Zeit, wo ich offline war, habe ich wieder vier Kilometer gemacht. Und ja, der läuft immer noch. Wunderbar. Also, können wir mal kurz einmal testen. Ich gebe mal ein bisschen Gas, dann springt das schneller an. Weil das hat einer geschrieben, dass er so lange braucht, um anzuspringen. Jetzt gebe ich ein bisschen Gas. So. Und dann drücke ich mal den E-Starter. Und da ist er. Und da wird auch so ohne Gas zu geben anspringen. Er braucht dann aber nur ein bisschen länger. So, ich gebe jetzt kein Gas. Oder auch nicht. Jo, alles klar. Ich wollte nur mal sagen, dass ich noch lebe. Und dass es mir gut geht. Und dass ich jetzt in, da könnt ihr es erkennen, festen Händen bin. Ja, ich bin verlobt. Quasi. Und ja, bevor es hier jetzt anfängt zu regnen ohne Ende. Also nur ein kurzes Lebenszeichen und so von mir. Rollervideos kommen auf jeden Fall jetzt weiterhin. Jetzt kann ich wieder was hochladen. Und Fahrvideos kommen auch. Und jetzt gerade fängt an zu regnen, ey. Na super. Da sieht man das schon. Ja, von daher. Kurz das kleines Update, dass ich noch lebe. Und ja, jetzt wieder regelmäßig was kommt. Alles klar. Dann bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao. Ciao. Vielen Dank.